Und ein herzliches Willkommen zurück zu Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin von Löher Gameplay als Hobby und ich bin mit Bowser im Finale in diesem Turnier. Hey, so weit waren wir noch nie. Das erste Mal. Mal gucken, ob wir das Finale auch noch hinkriegen und ob wir den Digrode kriegen. Würde mich echt mega freuen. Wir suchen den nächsten und letzten Gegner in diesem Turnier. Auf geht's. Gegen was und wen dürfen wir spielen? Rosalina, Mr. Rooks. Rosalina, was für ein Schicksal. Die hab ich sonst immer gespielt. Okay. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich bin aufgeregt. Oh, im Dunkeln diesmal. Guten Abend, Tennis-Freunde. Willkommen in eurem Hafenstadion oder so. Der große Moment ist da. Im Finale ist eurem Turnier. Stehen sich Mr. Rooks und von Löher YouTube gegenüber. Von Löher YouTube kommt zuerst auf den Platz. Bowser. Und hier kommt auch Mr. Rooks. Und hier kommt auch Mr. Rooks. Das Match beginnt gleich. Bald werden wir wissen, wer den Sieg... Irgendwie irgendwas. Keine Ahnung. Oh, Mr. Rooks hat Aufschlag. Ja, das war natürlich doof von ihm. Aber klickst du mich. Der hat schon volle Energie. Was soll der Mist? Was soll der Mist? Ja, kommt der auch mal näher. Wieso kann der so schnellste kräftige Schläge aufladen, ey? Scheiße. Scheiße. Hm. Was mache ich denn? Nein! Meine Adrenaline hat mich verlassen. König. Ich habe es noch einen. Ich habe es noch einen. Ich sehe es Ihnen. Ich habe es auch noch einen. Ahezeuge. Woh! Ja, 1-1. Ich hab noch ne Chance. Ich will den Titel. Scheiße. Sag mal, das gibt's doch nicht. Woher holt die ständig diese Powerschläge direkt? Ja. 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 Okay. Geht doch, geht doch! 2-1! Du meine Güte! Noch einmal! Scheiße! Jawoll! Da ist mein Adrenalin wieder! Jawoll! Jawoll, Baby! Jawoll! Noch zweimal! Ja! Noch einmal! Komm schon! Championship Ball! Wer ist 18? Ja! Jetzt! Das gibt's doch nicht! Ich hab' ein Turnier geschafft, Mann! Wuhu! Boah! Da bahnen wir uns einen Weg! Wie geil! Herzlichen Glückwunsch! Gold Online Turnier! Jawoll! Ist das zu glauben! Nach meinen ganzen Videos, die ich schon hier bei Mario Tennis Online Turnier gemacht hatte, das sah ja so schlecht aus, das hätte man niemals gedacht, ich hab' mal so weit kommen und mal einen Pokal verdienen hier! Ja! Ich hab' es geschafft! Ihr seid Zeuge, ihr wart dabei, falls ihr guckt! Meine Güte! Wenn's euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen da lassen! Nach oben, wenn's geht, natürlich! Und, ja! Und ein Abo, damit ihr nichts weiter verpasst! Und ich wollte schon aufhören mit Mario Tennis Aces! Oh, Mann! Okay! Ist gut, dass ich schon nicht aufgehört hab' Ich hab' meinen ersten Pokal bekommen! Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Pokal auch wieder mit dabei! Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und bei mir auf der Seite generell und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Turnier wieder beziehungsweise... Beziehungsweise... Beziehungsweise bei einem anderen Let's Play von mir! Ja! Viel Spaß noch und auf Wiedersehen! Tschüss!